so hallo meine lieben ich mache mal wieder neues video und zwar geht es um eine sonnenbrille wer mich auf facebook und instagram so ein bisschen stockt müsste eigentlich schon jetzt paar mal diese brille gesehen haben und die ist von also ich habe echt keine ahnung wie man den shop ausspricht beziehungsweise mehr oder weniger die marke man schreibt es holles mit einem nuller keine ahnung irgendwie klappt das e wird stumm irgendwie gesprochen das o als der nuller mehr als aber ich denke ihr kennt euch dann schon aus ich denke mal also der link zum shop ist sowieso in der beschreibung aber diese sonnenbrille ist naja kann man das eigentlich sonnenbrille nennen die ist wirklich mehr als cool also ja vielleicht sieht man das hier irgendwie also das ist so soll ich sagen so eine prisma eigentlich so eine komische brille eben und ich habe die bekommen und ich wollte die auch wirklich unbedingt haben weil miss lady gaga hat wie immer wieder ein t-shirt von jahren trägt oder hat sie in letzter zeit echt voll oft getragen und ich finde die eigentlich auch mega cool es ist zwar in die macht sie jetzt weiß ich nicht mehr was ich sagen wollte die ist wirklich mehr als geil und zwar ist es irgendwie glaube ich ein bisschen schwer die irgendwie draußen zu tragen weil man wirklich alles x mal zieht und ja man muss halt mehr oder weniger aufpassen dann wo man hingeht aber die ist doch wirklich mehr als geil und ja den link zum shop findet ihr natürlicherweise in der beschreibung und ich mache natürlicherweise ich hatte in letzter zeit wirklich kaum zeit weil ich meistens jetzt spätschicht hatte und ich eigentlich vormittags wir haben sogar jetzt vormittags und ich mache sogar jetzt ein video ja und ich bin dann immer so ich bleibe dann immer gerne lieber länger liegen und ja und da hatte ich jetzt immer kaum zeit dafür für bilder und ja aber ich wollte euch jetzt unbedingt mal diese sonnenbrille hier vorstellen und ja holles hals ja so heißt die marke und der shop wie gesagt link ist in der beschreibung und und ich denke jedes little monster aus deutschland österreich schweiz und die mich halt jetzt eben verstehen wird sich die brille kaufen also ich bin mir fast sicher die hardcore lady gaga fans brauchen die hier und sie ist auch wirklich mehr als geil das war es jetzt eigentlich auch schon aber ich verspreche euch jetzt ähm ich verspreche euch dass ich jetzt mal wieder ein paar mehr videos mache ich habe auch da schon ein paar Ideen zu einem möchte ich euch was über das jennifer rostock konzert erzählen da möchte ich euch noch eine person vorstellen und da mache ich noch so paar videos mit freunden und so und ja ciao auch auch auch